ja herzlich willkommen zu meinem neuesten video und da sind wir wieder mit alle meine animes part nummero und zwei ja wir machen einfach schnurstracks weiter und zwar mit einer auch richtig guten serie habe ich mir dann gekauft sogar in dieser teuren sache heide witzker aber sehr gute serie grüße gehen raus an ich packe aus tora dora toller anime echt wie ich den damals im original gesehen habe habe ich mir echt gedacht leute wenn der rauskommt mein deutsch wird gekauft und ja ich habe ihn hier sind in den ganzen steelbooks sind es sogar da hat animo noch steelbooks gemacht machen die ob noch steelbooks und machen jetzt nur diese metal future packs in diesem steelbooks mit schuba sehr sehr toller anime sehr sehr tolle anime kann ich jedem empfehlen gibt es auf netflix könnt ihr auf netflix schauen wer denkt daran leute ihr müsst euch beeilen weil netflix sortiert auch immer wieder aus und dann ist der anime auch draußen sehr sehr toller anime tora dora gibt es auch noch eine andere gesamtbox und könnt ihr die kaufen aber ist wie gesagt auch teuer animes sind immer leider teuer dann kommen wir zu einem anime den ich auch sehr sehr mag und zwar love chanibu and other delusions staffel eins und staffel zwei super toller anime zuckersüß auch mit dieser art von ihr und alles in dieser anderen special edition wenn mich nicht ganz täusche hier war noch ein was noch da waren glaube ich auch sogar diese tabletten habt ihr nicht gesehen dabei aber halt aus kaugummi sehr viele gimmicks waren dabei hier waren auch noch ein paar gimmicks dabei deswegen habe ich es gekauft zucker zuckersüße anime richtig schön gemacht tolle zeichnung ist ja auch von dem einen studio das ich auch sehr mag ich kann jetzt gar nicht sagen welches studio das ist weil steht es ja hier drauf steht jetzt steht es leider nicht drauf tut mir leid aber echt ein toller anime empfehlenswert wirklich steht da echtes scheiß studio nicht drauf aber auf jeden fall schöne zeichnungen ich liebe solche animes die auch so schön gezeichnet sind schaut noch auf jeden fall an toller anime dann machen wir auch gleich weiter mit dem film den ich noch nicht gesehen habe und zwar take on me da verreißen die anscheinend denke ich keine ahnung in diesem schönen digipack noch nicht gesehen ich will mir noch mal die serie anschauen um in flow reinzukommen wenn ich jetzt hat den film anschaue und ich habe vorher den anime im original geschaut komme ich wahrscheinlich nicht so gut rein ich will vorher im original deutsch anschauen wie er dann ist so wir machen hier weiter damit man den stapel darüber stellen können so dann haben wir hier auch einen schönen anime film und zwar der junge und das biest blind gekauft nicht bereut toller anime film auch schön gezeichnet schaut ihn euch an empfehlung von mir schaut ihn euch an gibt es gleich auch auf netflix dann elfenlied in diesen future metal pack das auch sehr sehr teuer war heide witzker ich habe ihn aber seit damals nicht mehr gesehen muss ich ganz ehrlich gestehen müsste ich mal wieder anschauen aber auf jeden fall ein sehr toller anime elfenlied dann blind gekauft immer noch nicht angeschaut shimoneta shimoneta a boring world well the concept of dirty jokes doesn't exist jetzt immer schlauer soll halt auch so ein edgy comedy gedöhnt sein könnte das könnte wirklich so ein anime für mich sein aber ich habe ihn halt noch nicht gesehen trau mich halt doch irgendwie nicht ran aber irgendwann wird es soweit sein dann auch ein sehr guter anime nur staffel 1 bis jetzt gesehen bis in dem staffel 2 anscheinend es gibt es glaube ich schon dritte staffel psychopaths erste staffel grandios wirklich wahr gut gezeichnet gute story in einer alternativen welt oder eher in der zukunftswelt wie es dann ist mit der kriminalität dass sie dann gemessen werden mit so einer art psychopaths sozusagen dass du dann so eingestuft wirst bist du kriminell bist du gut bist du in dieser mittel ding schon und das ist schon ja wir vor allem wer misst diesen grad und so weiter sehr sehr interessant gibt es glaube ich auf netflix schaut ihn euch an toller anime zweite staffel kann ich nicht sagen und nicht gesichtet wir müssen uns ran halten leute dann machen wir hier weiter monster mädchen jetzt geht es wieder los mit edgy warum habe ich mir monster mädchen kauft erstes mal saugünstig bei ebay geschossen ich glaube pro volume vielleicht nur zehn euro mit sammelschuber ich habe dann 40 euro gezahlt für den gesamten anime und das war schon ein schönes schnäppchen für mich ich habe mich kaputt gelacht ich habe mich bei dem anime kaputt gelacht ist halt geschmackssache wenn man auf edgy steht aber der ist halt auch nicht zu extrem finde ich aber so lustig hat mir gefallen und ich hoffe auf eine zweite staffel dann kommen wir leicht edgy horror thriller kann man schon sagen dusk maiden of amnesia sehr sehr gute anime auch ein schöner horror anime kann man sich gerne echt mal anschauen man kann auch schon sagen romance ja romance anime ja hat mir auch richtig gut gefallen deswegen ist er in die sammlung gewandert und wird auch nicht mal hergegeben weil er ein sehr guter anime ist kann ich euch empfehlen schaut euch mal an ich weiß nicht wo man den anschauen kann anime on demand keine ahnung empfehlenswert dann ein anime da habe ich den gekauft weil ich da ihn erst gefeiert habe aber als ich den manga an mir angeschaut habe ich mir schon gedacht ey wo bleibt die fortsetzung und dann hat man halt nur so ein unfertiges ding und zwar sankaria und da in love ja da geht es um einen der sich in eine zombie dame verliebt ja das hat alles also da gibt es einen jungen der hat einen fetisch er mag zombies und hätte gerne eine freundin die ein zombie ist und das kommt dann auch eigentlich ein sehr schöner anime muss ich sagen aber keine ahnung wie hat der reiz jetzt irgendwie dann doch jetzt gefehlt ich habe mir dann den manga ein bisschen durchgeblättert dann und da habe ich mir echt gedacht Leute wann kommt die fortsetzung können sie bitte weitermachen aber leider sind viele animes eher mehr nur die werbung zu dem manga oder der light novel was echt schade ist weil es hat echt noch potenzial dann kommen wir weiter hier zu steinskate ein grandioser anime gibt es jetzt auch eine andere staffel alternative welt oder sowas ist ja von dem glaube ich game steinskate von so einem ähm wie heißt es click and point point and click keine ahnung mit diesen sprechblasen wo du dein wege und entscheidungen machen musst sehr sehr guter anime kann ich jedem empfehlen und die deutsche synchronisation wurde sogar hier richtig gut gemacht gibt es auf netflix wenn ich mich nicht ganz täusche und ich glaube das sind die besten digipacks die man haben kann ähm ich weiß nicht wie es jetzt bei der bei der anderen staffel ist Leute schreibt mir doch mal rein wie haben sie das design gemacht von den anderen weil die sind echt nice gemacht die dinger hier also sehr toll schreibt mir doch mal die andere rein wie die gemacht worden sind dann haben wir hier dann erfüllt man ja auch die andere staffel aber die ist jetzt mir ein bisschen zu träge sword art online staffel 2 im sammelschuber ne und natürlich boah da habe ich ihn geblättert das kann ich euch sagen sword art online 1 also halt die erste staffel die mir immer noch am besten gefällt die erste staffel wobei die zweite die erste hälfte war cool hier fand ich die erste hälfte cool zweite war auch ein bisschen schwächelnd aber immer noch besser als die zweite staffel die jetzt momentan äh wie heißt die denn sword art online alisciation ach leck mit der marsch habe ich noch nicht weiß ich noch nicht ob ich sie in die sammlung holen werde muss ich mal gucken muss ich mal gucken aber als vollständigkeits halber eigentlich schon ich habe sie schon gesehen die neueste staffel die ganz neu noch nicht komplett wurde wieder aufgeteilt keine ahnung ja weil sie dumm sind auf jeden fall ein guter anime wer halt so gaming freak ist und so weiter andere realität und so gefällt mir sehr gut dann haben wir hier auch einen sehr sehr guten anime einmal fate zero und einmal fate warte mal fate stay night unlimited plate works sehr sehr boah mega anime ich kann da einfach nicht dazu sagen richtig richtig geiler anime die beiden überhaupt ich mag die fate reihe ich mag auch die eine fate staffel auf netflix die die mit dem wo auch hier sieg wie der drachentür damit spielt es geht halt immer darum es ist der heilige graal krieg kämpfen magierfamilien oder magier um den heiligen graal und die können dann einen servant also eine art helden aus vergangenen tagen oder vielleicht sogar aus der zukunft können die herbeirufen um damit die halt unterstützt werden und die kämpfen halt dann gegen eine diese servants ne diese helden und da kommen halt einige dazu keine ahnung da siehst du dann irgendwie vielleicht hier alexander der große oder wie gesagt siegfried oder merlin oder habt ihr nicht gesehen halt verschiedene oder jan dark und alles mögliche ne kommt dann drauf deswegen und hat mir richtig gut gefallen und die animation hier das ist von ah hier steht nichts drauf weil der backfly weg ist auf jeden fall äh sehr sehr schöne anime hier sieht man es ja auch also super gestaltet und auch mächtig manchmal brutal also auch manchmal nichts für schwache nerven sehr sehr guter anime nicht nur klamauk wer auch ein bisschen fantasy mag dann kommen wir machen wir weiter im programm oder leute wartet mal ich mach mal kurz ja ja da fehlt mir leider der sammelschub und den krieg ich nicht mehr ich hab das zu spät gesehen das auf einmal ksm einen sammelschub raushaut und zwar zu Full Metal Alchemist Brotherhood habe ich hier die komplette Serie auch ein Schweinegeld sehr 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 guter Anime ist glaube ich noch auf Netflix drin schaut ihn euch auf jeden fall an das ist glaube ich einer der besten Animes der auch in vielen Top-Listen glaube ich auf die Nummer eins ist der ist halt abgrundtief geil Die Zeichen, die Zeichnungen, die Story, alles. Der Manga ist halt auch cool. Die haben es halt 1 zu 1 vom Manga übernommen. Sehr, sehr guter Anime. Also kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Wir kommen auch schon zum Grande der Finale, sehe ich gerade. Kann ich hier jetzt stapeln. So, dann haben wir hier ein Anime. Da, den Film muss ich noch schauen, aber die Serie kenne ich. Auch eine schöne Synchro. No Game, No Life. Ohne wie einer sagen würde, nur Game, nur Liebe. Sehr schöner Anime, sehr, sehr schöner Glanzschuber. Gefällt mir richtig gut. Toller Anime. Ich hoffe endlich, dass eine Fortsetzung kommt, Leute. No Game, No Life. Hier der Film No Game, No Life Zero. In dieser Special Edition. Die fand ich richtig cool. Gibt es auch ein Video davon. Da ist so ein Future Pack drin. Schaut euch mal ein Video an. Da seht ihr es. Ich will sie nicht mehr missen. Sehr schöne Edition. Dann kommen wir wieder zu einem Klamauk-Anime. Ich mag ihn einfach durch die Charaktere. To Love Room Trouble. Das ist die erste Staffel. Mit, äh, ihr seht schon. Schöne, edgy Serie. Richtig lustig. So episodenmäßig. Ich glaube in einer Folge sind so zwei oder drei Geschichten. Aber es hat dann irgendwann einen hängenden Faden. Wobei mir Darkness besser gefällt. Hier ist es so episodenlastig. Also das ist halt hier, dieser Sammelschuber. Habe ich ja auch im Video gemacht. Dann gab es noch To Love Root Trouble. Da fehlt mir Volume 3. Ja, ihr seht schon wieder, wie das ausschaut hier. Genau. Ähm, da fehlt mir aber leider der dritte Part. Und Darkness fehlt mir auch komplett. Ja, muss ich mir nur aufkaufen. Darkness fand ich richtig gut. Muss ich sagen. Auch eine schöne Story dahinter. Wirklich wahr. Hat mir gefallen. So, wir kommen zum letzten. Und zwar Rage of Behemoth Genesis. Ja, ein Mediabook, das mich so viel Geld gekostet hat und dann später verramscht wurde. Dazu sage ich nichts. Aber es ist ein geiles Mediabook. Der Anime hat mir eigentlich recht gut gefallen. Es gab eine Fortsetzung. Ich müsste mir mal die Fortsetzung anschauen. Und, ähm, das Zeug sieht man nur Hintern. Alter, warum machen die denn? Man muss halt wirklich bedenken, die sind immer mit ihren komischen, ja, Edgy-Anteil. Mögen halt die Japaner, ne? Aber ist auch wirklich lustig. Manche Edgy ist lustig. Der andere, The Testament of Sister New Devil. Ich sag's euch gleich. Das ist schon fast kein Edgy mehr. Das ist schon fast Hentai, was da passiert. Ja. Das war's. Das sind all meine Animes, die ich in meiner Sammlung noch habe. Ich hatte noch einige andere. Die hab ich verkauft. Weil ich sie erstens nie wieder anschauen werde. Und zweitens vielleicht auch gar nicht mehr so gut finde. Oder drittens mir dann eine Staffel dann doch nicht mehr so gut gefallen hat. Siehe, Overlord. Ich fand die erste Staffel richtig gut von Overlord. Aber dann Staffel 2 und 3 fand ich nur noch Mumpitz. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und die Animationen von den ganzen Viechern da war auch nicht mehr meins. Leider. Und ja, wie gesagt, das sind all meine Animes. Ich hoffe, die Videos haben euch gefallen. Ich sag da mal, bis zum nächsten Video. Haut rein, macht's gut und tschüss.